Ich komme aus China und 18 Jahre alt. Ich habe im Arzt von drei Jahren angefangen Geiger zu lernen. Ich möchte gerne in Weimar studieren aufgrund der kontrollierten Umfeld und des guten Rufes der Musikhochschule. Heute spiele ich Mozart, Konzert, D-Dur, Erstsatz und Cadenz und Bachsnotte 2 Amour Erstsatz und Paganini Nummer 24 Amour. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020